Ich bin Marius und ich komme aus Köln. Dankeschön. Entspannt euch. Ihr wisst noch nicht, was ich jetzt sagen werde. Ich bin nämlich ein beschissener Kölner. Weil ich Karneval hasse. Aber aus ein paar Gründen. Es ist mir einfach viel zu voll. Die Leute sind mir viel zu besoffen. Die Mucke ist scheiße. Alle zwei Meter tritt so in Kotze. Und da bin ich noch in meiner Wohnung.